Und vieles, vieles mehr gibt es da zu beschauen. Also sehen kann man Jörg-Auto-7 bei Jörg-K Automotive von oben gewonnen. Dann eine Entschlunde, denn ein Kran bringt einen ganz hoch hinaus. Und dann können Sie schauen, wie Autos die sich in den letzten Jahrzehnten entwickeln. Hier aber auf den Eisnern-Geländen soll es mit den Zweierlern weitergehen. Hier ist der Eisnern-Geländen soll es mit den Zweierlern-Geländen-Geländen-Geländen-Geländen-Geländen-Geländen-Geländen-Geländen.